Die Mitglieder des Vereins Willkommen – Verein zum Finden einer neuen Heimat leisten wichtige Integrationsarbeit mit starkem regionalem Bezug. An erster Stelle durch Sprachkurse, aber auch durch eine Reihe weiterer Unterstützungsleistungen. Der Verein punktet mit sympathischer Kommunikation und arbeitet unter Einbeziehung vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer. Die Filmchronisten Oetscher Reich suchen nach fotografischen und audiovisuellen Zeugnissen vergangener Zeiten und machen diese einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Das Augenmerk liegt – der Name verrät es schon – auf der Region rund um den sanften Riesen in den Kalkalpen. Ihre kurzweilig umgesetzten Videodokumentationen sind beispielgebend für andere Regionen. Als Historiker und Heimatforscher beschäftigt sich Gerhard Flossmann seit Jahrzehnten mit der Geschichte seines Heimatortes Losdorf und des Bezirks Melk. Sein Engagement trägt dazu bei, dass in der Heimatforschung wissenschaftlich korrekt gearbeitet wird und dass sich akademische und nicht-akademische Forschung auf Augenhöhe begegnen. Vielen Dank! Talgabar